Jo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Arcanum. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, wo es diesen ominösen schwarzen Diamanten geben soll. Und zwar gibt es da drei Möglichkeiten. Einmal auf dem Schwarzmarkt den Tarant per Zufall. Also alle paar Tage soll da das Inventar wechseln von dem Händler. Dann einmal beim alten Tempel selbst irgendwo. Aber das war mir beides zu vage. Sicherer scheint das uralte Labyrinth zu sein. Das wollten wir sowieso mal besuchen. Deswegen können wir das genauso gut jetzt tun. Ich mache das aber bei Tageslicht hier. Ich war schon mal hier. Die Gegner waren recht heftig. Na, wieso ist denn das so finster hier? Warten wir mal noch zwei Stunden. Ich möchte das... Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich bis zum Abend schlafen gemacht? Bis zum Morgen schlafen muss ich natürlich. Genau. So. Und die Gegend, die werden wir jetzt mal absuchen. Und da liegen ja schon Klunker. Vielleicht habe ich ja Glück. Das eine sieht durchaus nach einem Diamanten aus. Da. Saphir, Smaragd. Schwarzer Diamant, da haben wir ihn ja schon. Na, so ein Dusel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn so schnell finden. Umso besser. Dann das gebe ich ihm rüber. Das brauche ich dann noch in dieser Folge. Aber jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt machen wir das hier auch fertig. Und ihr seht schon, Gegner gibt es genug. Mein Hund ist schon fleißig. Der ist direkt an der Front. Und Caravestier. Also den zu retten, das hat sich gelohnt. Ich sehe genauso viel wie ihr. Nämlich nichts. Ich höre nur, dass gekämpft wird. Das hat der Hund scheinbar alles alleine geschafft. Oh, was ist das denn? Was bist du für einer? Level 18. Ja, ich dachte, das wäre... Ja, Level 18 kriegen wir hin. Der ist nur groß. Ansonsten... Ansonsten will der wohl nur spielen mit uns. Es gibt nichts zu plündern. Da ich mich nur ungern wiederhole. Also der Tipp mit dem schwarzen Diamant in der Ruine war goldrichtig. Danke dafür. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man... Das war an einem Forum. Ich habe mir jetzt aber die Quelle nicht gemerkt. Also in einem Forum. Ausnahmsweise mal nicht Jijas Tipps zu Akarnum, sondern... Eine andere Stelle im Internet. Ja... Laufen wir jetzt einmal drum rum. Wenn das geht... Nee, geht nicht. Kann ich da durch? Auch nicht. Kann ich da irgendwie rein? Nein, kein Fenster durch, dass ich klettern könnte. Dann nehmen wir den... Weg die Straße hinauf. Äh... Ja... Man fragt sich schon, wie sowas mal ausgesehen haben mag, bevor sowas zur Ruine würde. Da ist eine Truhe, die will ich haben. Kommt immerhin. Feuerblitz. Schleuder deinen magischen Feuerball auf deine Gegner. Und das Ding ist was wert. Äh... Den Feuer... Ist das das hier? Nee, das ist Stichflamme. Werde ich vielleicht einfach mal testen. Und... Ja... Statt dem Molotow-Cocktail mal rein. Molotow brauche ich zur Zeit recht wenig. Was bist denn du? Äh... Auf jeden Fall... Nichts Nettes. So. Mal da lang. Ich weiß, dass es dann noch was gibt. Und deswegen wird hier auch mal jetzt alles abgesucht. Ich weiß nicht mehr, was es gibt. Ich weiß nur, dass es hier noch was gibt. Und dazu ist es jetzt dann schon wieder zu lang her. Da rein. Und... Truhe. Eine unintensifizierte große Rüstung. Das ist was für Sorg. Rubin Collier. Eiltinktur. Steigert die Stichlichkeit. Jo. Hat sich unser Besuch durchaus rentiert. Das will er gar nicht haben, wenn er... Der zieht nichts an, was er nicht kennt. Verständlich irgendwie. Das Ding kriegst du. Das war aber noch nicht alles. Da geht es schon noch weiter. Auf jeden Fall gibt es hier Erfahrungspunkte. Genau so muss man es diesen Bastarden... Ich meine... Guter Treffer, Madame. Jawohl. Genau so, ne? Da hat er schon recht. Das erinnert mich immer an clever und smart, wenn die so... machen. So. Wie komme ich jetzt dahinter? Da... Ah, okay. Hab schon gefunden. Da hinten... Das müsste sich auch noch lohnen. Zumindest Erfahrungspunkte technisch. La 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 la. Da ist ein Fenster durch das Kammer raus. Dann ist da wieder... Irgend so ein... Genau. Das... Achso, ich dachte, das ist... Gut, gehen wir mal da lang. Da ist wieder... Es sind wieder Erfahrungspunkte. Komm mal her, du wandelnder Erfahrungspunkt. Komm, Mietz, Mietz. 18, ja. Das gleiche wie vorhin. Ein beeindruckender Angriff. Aber sowas von beeindruckend. Manchmal staune ich über mich selbst. Gut, da gibt's noch mehr Erfahrungspunkte. Das lohnt sich schon von dem Aspekt her. Da haben wir doch schon die nächsten Erfahrungspunkte. Komm, geh mal daher. Hint um, fähre und dann noch. So, wie komme ich jetzt dahin? Gar nicht. Erstmal raus aus dem Fenster wieder. Man muss da dauernd durch die Fenster. Irgendwie ist es kein Wunder, dass die Bewohner von dieser Stadt ausgestorben sind, wenn die keine Türen eingebaut haben, sondern nur Fenster. Das müsse eine ziemlich dämliche Kultur gewesen sein. Kritischer Treffer. Ja, Bernfell? Nein, nix dergleichen. Da gibt's auch nix mehr. Ah, see. Und wieder durchs Fenster, oder? Ja, durch das ja diesmal. Komm, komm mal hierher. Mietz, Mietz. Durch. Ja, ich sag's ja. Eine ziemlich... Ziemlich... Da ist noch ein Gedöns. Aber wie komme ich da rein? Ich sehe hier kein Fenster. Hm. Öffnen wir erstmal das hier. Silberring, Smaragdring. Und ein stärkerer, munter Macher. Öh. Nein. Das nimmst du mir mal ab. Aber wie komme ich da hin? Was wünscht ihr von mir? Mich verabschieden. Hm. Ich trau den Programmierer zu, dass die den nur dahin gelegt haben. Wie darf ich euch behilflich sein? Äh. Damit ich überlegen muss, wie ich da hinkomme. Hallo, Fenster. Geht das jetzt nicht, oder was? Ja, Himmel, guck guck. Ich hab grad einen fürchterlichen Reithusten und muss dauernd die Pause-Taste drücken. Komm euch nicht ins Oma zu husten. Äh. Vielleicht hinten durch. Das hört sich gut an. Äh. Ja. Schön. Da ist ne Truhe. 18. Einmal durfte ich mit drauf hauen. Ja. Jetzt können wir mal gucken, was das drin ist. Eine... Äh. 41 Gold, der Hus nervt. Ziemlich lästig, sowas. Vielleicht geht's da hinten. Ja. Sieht gut aus. Das bin ich zumindest... Schon mal hier. Und wie komme ich jetzt? Äh. Leute, ich glaub, die haben den Dolchen nur dahergelegt, oder das Schwert, oder was das ist. Äh. Über was soll ich denn mit ihm verhandeln? Achso. Gut. Äh. Nö. Platz. Warten. Was wünscht ihr von mir? Ich hab draufgeklickt und weiß nicht, was ich da getan habe. Lass. Dass ich jetzt einen meiner... Leute weggeschickt hab, oder so, das... Wie darf ich euch behilflich sein? Ja, passt. Ich glaub... Da? Da will ich hin. Das ist sicher. Gut. Und wie komme ich da hin? Versuchen wir's nochmal so rum. Komme ich da durch? Ja. Also ich glaube an... Oh. Ich glaub an das Ding, da kommt man ja dran. Das haben die Programmierer da echt hingelegt, damit man überlegt, wie man da hinkommt und verzweifelt. So, einen Humor trau ich denen. Natürlich ist zu Feuerblitz. Mal gucken, ob der was da rumkommt. Was? Meine Rüstung ist beschädigt? Warum? Das ist ein blöder Zauber. Und beißt ihr nicht die Zähne aus? Das ist die Sache nicht wert. Waffe beschädigt? Ja, ich kann diese Steinkolosse nicht leiden. Einmal geht noch. Ab jetzt muss ich Manna sparen, sonst... Ja, gut. Hat gereicht. Munter... Muntermacher auf Belaya anwenden. Das machen wir noch mal. Und dann nehmen wir auch diesen Muntermacher. Ich hab das Zeug im Invent... Hallo? Hab ich den jetzt benutzt? Ja, genau. Gut. Ich hab das Zeug immer im Inventar und nutzt es dann nicht, weil es mir reut. Äh. Ich seh nichts. Hallo? Ich möchte unter... Unterweltkult. Ich seh zwar nix, aber... Kritischer Treffer. Da ist noch einer. An dem Sarkophag tue ich erst rumfummeln, wenn ich hier gespeichert hab. Das sag ich euch. Der ist mir nicht geheuer. Unverschlossen. Ja, dann lass mich doch mal reingucken. Hallo? Das ist bestimmt ein verfluchter Gegenstand. Aber ich nehme mal mit. Diamantring. Diamantring ist auch was extrem seltenes. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Den sollte ich mal aufheben, falls das ein Quest-Gegenstand ist. Hm. Den noch rüber. Und ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Das war wohl wegen... Warte mal. Vielleicht? Ne. Kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Aber probieren wir's mal. Wie war das? Nein. Stopp. Auch nicht. Hallo? Ich möchte mal auf die Flamme schießen. Und gucken, was passiert. Soll's da nicht hingehen. Wie ging das gleich wieder? Hm. Vielleicht geht's auch gar nicht. Da kann ich mich abnehmen, wie ich will. Gut, dann... Dann werde ich mich mal... ...mal zu dem alten Labyrinth bewegen. Das mache ich allerdings offscreen. Wir sehen uns dann im Zielgebiet. Bis gleich. Da bin ich wieder. Es gab keinen einzigen Kampf. Damit habe ich nicht gerechnet, weil dann hätte ich das Video auch laufen lassen können. Jetzt sind wir also hier und... Schauen wir mal, wo wir dieses Opfer bringen können. Genau. Äh... Warte mal. Der hat nix mehr zu melden. Der kommt auch nicht weit. Noch weit. Hopp. Und du? Jo, dann gehen wir mal da runter Und schauen mal, was es hier gibt Vielleicht sollte ich mal speichern So, ganz nebenbei Oh, zwei gekreuzte Schwerter Und ein Geier Oder irgend sowas drauf Mal schauen, ob das Symbol Noch irgendeine Bedeutung bekommt für uns Blut an der Wand Und Knochenschäler Was bist du denn? Irgendwas Untotes, ne? Blut Gold, ja, und Nix von Bedeutung Nix, gut Nix ist so viel wie nicht viel, ne? Waff, so Welchen Level haben die eigentlich 12? Ja, kein Problem Die schnupfen mal doch So Ja, tot, totig Gut, nix Auch nix Noch mal nix Geizkragen Aber du kriegst noch mal Oh, ist schön Die Falle werde ich gleich mal zu entschärfen versuchen Mit ein bisschen Glück Es ist ein kritischer Erfolg Und ich krieg die Bestandteile der Falle Äh, hallo, passt doch auch wo ihr hinlatscht Ihr Dödel Ich hoffe der Hund ist cleverer Kein Pfeil hat mich getroffen Super Und da drüben geht es schon weiter Lebt der da jetzt noch oder nicht? Beziehungsweise, äh, wie sagt man da, wenn einer Untot ist? Lass, äh, was? Nö, brauche ich nicht Du hast eine Falle entdeckt Ja, schön für dich Äh, und du Ah ja, um den geht es Okay, alles klar Ich komme gerade mal wieder Überhaupt nicht dazu Was zu tun Hallo, diese Falle Da möchte ich mir anschauen Und zwar Automatische Dietrich Falle entschärfen Entschärfende Falle Misslungen Falle wurde entschärft Habe ich Habe ich nicht Aber Ich habe einen stärkeren Mund da mache Den ich auch verwenden werde Ihr müsst natürlich wieder Schon weiterlaufen, ne? Ist ja allerhand Was ist denn das hier überhaupt? Ist das Da kann ich doch mit interagieren, oder? Achso, das war Hm Hallo Brauche ich nicht Das geht mir ihm 30 Wann das ist? 30 Pfeile, oder? Hatte ich die schon länger im Gepäc? Ich weiß es nicht mehr Oh, das sieht Interessant aus Genau so muss man es diesen Bastarden Ich meine Guter Treffer, Madame Verschlossen Als ob das ein Hindernis wäre Nicht für Velaya Zwar ein bisschen dusselig Aber Schlösser knacken kann sie Schloss würde nicht geknackt Schloss wurde nicht geknackt Schloss nicht geknackt wurde Immer noch nicht Brauche ich da vielleicht einen Schlüssel Das Schloss wurde geknackt Na also, geht doch Oh, Falle entschärfen Vergiftet Fallen entschärfen Fehlgeschlagen Und nochmal in eine Falle Reingetrampelt Unidentifizierte Rüstung Breitschwert Drachenschild Also das Skelett Ist auf jeden Fall nicht Wer seid ihr? Wer kommt nach all dieser Zeit Die Stimme, die von dem Skelett ausgeht Klingt wie der Wind Der durch tote, verdorrte Blätter streicht Sie heilt merkwürdig in deinem Kopf Wieder als würde sie aus deinen Innereien heraus sprechen Wer kommt nach all diesen Ja Hat er ja schon gesagt Was? Wer seid ihr? Seid ihr lebendig? Ein Geister? Ah, die Stimme der Lebenden So lange ist es her Noch einmal Was seid ihr? Krieger der Armee des Todes Verfluchter Tod Ohne Erlösung Leben Außerhalb dieses verbrauchten Fleisches Was ist mit euch geschehen? Von welchem Fluch sprecht ihr? Dieser Tempel Eine Heimat des Ordens Sprecher kommunizieren Tanzen mit dem Tod Sie brachten uns zurück Um die Hand zu vernichten So lange her Ich verstehe nicht ganz Hör zu Reist nach Norden Zur Höhle des Drachen Findet den Teich Bringt das Blut zurück Bitte Ich will leben Okay, er hat auf eine Stelle der Karte gezeigt Das ist dann wohl was für die nächste Folge Was für ein Teich Was für Blut Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht Du hörst leises Lust an Oder du kannst die Worte nicht verstehen Ja, schön Dann haben wir ja eine Aufgabe gekriegt Fürs nächste Mal Aber jetzt Möchte ich eigentlich gerne Wenn es irgendwie geht In dieser Folge noch Hoppala, was? Und wieso? Äh Falle Entschärfiglichen Falle wurde entschärft Hab ich das Gedöns bekommen? Nein, natürlich nicht Kommt irgendwie relativ selten vor Mit dem kritischen Erfolg Äh Wenn ich wüsste Ah, wo der Altar ist Hier Entschuldigung Da war echt zu langsam Die habe ich bisher erspart Die Wuster Mit der Pause Aber diesmal habe ich sie nicht schnell genug gefunden So Dann Leichter Tempeltest der Derian-K-Bibliothek Okay, den Schlüssel hätten wir mal Den verwende ich doch gleich, oder? Gar nicht bunkern Das Zeug Einfach verwenden Diese einfachen Tränke So Also hier muss es noch Eine Bibliothek geben Hehe Da steht er jahrhundertelang da Und wartet drauf Jemanden angreifen zu können Und dann wird er weggesnipert Ja, super Ich habe die Falle mal wieder nicht entdeckt Das Schwert brauche ich nicht Den Mund Da machen wir den Verwende ich bei Next Best Oh, das sieht nach wie Schlammwandler Was Was ist denn das? Schandmauer Level 20 Level 20 Lustig Dass man die durch die Wand Einfach so sehen kann Ja gut Dann auf geht's Genau Hörder Äh Lustig Diese Schandmäule Die haben uns da Scheinbar noch Gar nicht wahrgenommen Schön Dann brauche ich sie Nicht alle Äh Gleichzeitig Bekämpfen Sondern kann Einen nach dem anderen Nehmen Das ist mir natürlich Lieber Jetzt kommt er Aber Und wie Wir werden noch Ein Level Abkriegen Und diesmal Gibt es ja Zwei Skillpunkte Und du Ja Das sieht eindeutig Nach Level Ab Aus Schon geschafft Level Up Yay Schandmaul So Aber erstmal Machen wir die hier Fertig Ich liebe Wurfwaffen Sie sind einfach Herrlich Wäre nicht nett Gerade Statt zu werfen Auf den Gegner Zulaufe Danke für die Heilung Drum bin ich Wieder zurück In den magischen Bereich Weil mir Den seiner Heilung Sonst nichts Bringt Und Was ist das hier Schriftrolle Unterwerfung Der Willenskraft Das klingt ja interessant Hallo Nimm das mal auf Äh Ich möchte das Aufheben Ja gut Da hebt es halt Einer von meinen Leuten auf Wenn ich zu Dusselig dazu bin Schand mal Es gibt nichts Zu plündern Da hätte ich Jetzt eigentlich Schon irgendwas Erwartet Ja Die heben Die ganzen Schriftrollen Auf Gut Die knöpfe ich Ich euch aber mal ab Das sage ich euch Unterwerfung Verwandelt Gegner In willenlose Sklaven Na das klingt ja toll Dafür habe ich bestimmt Das ein oder andere Mal Warte mal Erschaffung von Untoten Verlassen Auf Erstehung Die verwendet ihr sowieso Nicht herbeizalbern Von Untoten Jo Gut Dann Speichern Hilft nix Dann werden wir den Altar wohl erst in der nächsten Folge finden Hier gibt es noch ein bisschen was zu tun Das macht aber gar nichts Ähm Level 40 Punkte 2 Ja Die wollen klug eingesetzt sein Warte mal Werfen ist abhängig von Geschicklichkeit ist 12 Hm Ich komme eigentlich klar Ich würde viel lieber Noch ein bisschen Mehr in den Bereich der Magie gehen Was hatte ich da neulich Da hatte ich neulich was Erleuchten Blitz Sicht verwirren Der Zauber macht es schwerer Den Zaubernden zu sehen oder zu treffen Entschärfen Öffnungsspruch Nein Gesinnung erspüren Also das sind auf jeden Fall nützliche Skills hier Inhalt erschauen Da würde ich dann sehen ob sich Ja Da würde ich dann sehen ob sich das lohnt Die Truhe zu öffnen Das machen wir doch Dann bin ich in Magie Magie auch wieder auf null Und Jo Gefällt mir So Schauen wir mal Ob ich den Skill auch schon Hellsehen Inhalt erschauen Kann ich den schon auf irgendwas anwenden Ja Ich würde Ja da ist ne Truhe Da werde ich den mal testen Jo Genau Toller Skill Gefällt mir Jo Nehmen wir mal raus das Zeug Da kann man dann Da kann man dann leichter Wie soll ich sagen Ein detrifizierter Schild Den kann er wieder nicht nehmen Weil er voll ist wie ne Hauptpitze Das ist immer ein bisschen lästig Das umschichten Hallo du sollst einfach den Schild da ablegen Jetzt Ja genau So Und Ich schau mich jetzt hier noch kurz um Und dann schließen wir die Folge auch schon Der liegt auf jeden Fall in Bucht Mit dem ich nichts machen kann Hm Ja Wir waren wohl wegen der Truhe Und der Erfahrungspunkte hier Dann sage ich mal Vielen Dank fürs Zuschauen Wie es weiter geht Und Wie es mit dem Altar von Modindal Dann letztendlich ausgeht Der muss wohl Da hinten irgendwo sein Sehen wir dann in der nächsten Folge Ja